Was ist vielleicht uns alle wichtig? Wie möchte ich behandelt werden und wie behandle ich andere? Eine faire Chance für alle Kinder auf Gesundheit und Bildung. Und mein Wunsch an Bayern ist... Keine Benachteiligung und keine Ausgrenzung. Bezahlbares Wohneigentum. Mein Wunsch an Bayern... Öffnen Sie Ihre Herzen. Dass man auch den Kinderpflegern eine Chance gibt und sie einfach finanziell unterstützt. Beim Thema Infrastruktur muss der Staat vorangehen. Deswegen ist mein Wunsch an Bayern... Dass die öffentlichen Verkehrsmittel gratis sind. Seit dem Start von Mein Wunsch an Bayern haben viele Menschen im Netz ihre Wünsche veröffentlicht. Manche per Text, andere im Video. Mein Wunsch an Bayern ist es, noch stärker auf die Vielfalt einzugehen, die wir hier haben. Die Videos sind der Renner im Netz. Stefan Dettels Wunsch zum Beispiel. Dass kleine Wirtschaften überleben können und einen kleinen Kulturraum in einer kleinen Ortschaft für Bayern machen können. Das wäre mein Wunsch. Das Video wurde knapp 3000 Mal geteilt und von einer Viertelmillion Menschen angeschaut. Markus Wasmeier zum Beispiel schreibt, hier spricht uns Stefan Dettel richtig aus der Seele. Traditionen aufrechterhalten, keine leichte Aufgabe in der heutigen Zeit. Fabio wünscht sich zum Beispiel Maßnahmen gegen den Mietwahnsinn. Und Loreley möchte den Lastwagenverkehr endlich auf die Schiene verlagern. Ich wünsche mir von Bayern, dass es bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung eine Spitzenreiserolle einnimmt. Menschen mit Behinderung müssen genauso ein Leben führen können wie jeder andere Mensch auch. Uns verrecken die Vögel, uns verrecken die Insekten. Wir brauchen einen richtigen Naturschutz. Wir brauchen mehr More, wir brauchen mehr saubere Gewäste, wir brauchen mehr blühende Wiesen, wir brauchen auch Wälder. Wir brauchen auch Naturschutz. Aber gescheit. Noch bis zur Landtagswahl können alle Menschen aus Bayern unter dem Hashtag MeinWunschanBayern mitmachen. Daher bitte, bitte, liebes Bayern, schafft die Massentierhaltung ab. Mein Wunsch an Bayern ist es, den Pflegenotstand zu beenden. Er dauert schon viel zu lange an und es wird viel zu wenig getan, um dagegen vorzugehen. Wenn Sie auch einen Wunsch an Bayern haben, nehmen Sie ihn mit Ihrem Smartphone auf und laden Sie ihn in Ihrem eigenen Netzwerk bei Facebook, Instagram oder Twitter hoch. Wenn Sie auch einen Wunsch ansehen, können Sie auch einen Wunsch ansehen.